er hätte den vorsprung verfehlt vielleicht war es die in den torben schwierig hier rapunzel das kurwolder rand 6 bei wiederherstellungs lichterei und er hat auch fähigkeiten die blätter ja ich weiß noch gar nicht was ich benutzen soll das ist großartig den sich jetzt finden ach da ist die zuflucht der mich noch nicht irgendwas ist jetzt wirklich fertig muss man auch was mit dieser alten machen oder so die hier um sitzen oder was ich weiß nicht ich hab irgendwie in erinnerung dass man oben irgendwas mit so einer geister erlaubt oder so einen scheiß machen musste ach die da oben vor dem torm stehen wahrscheinlich das kann sein das kann sein ja das kann sein ganz gut das kann sein ja das kann sein aber auch keine viele anfangs und wir später wenn man noch 30 fähigkeiten ich suche nichts mehr weil die gäste tagbuch wird findet ein buch über geisterbeschwörung ich muss mal hart pinkeln gehen bis gleich ja ich suche mal kurz das buch hier und 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 wie wie wir wie 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 Boah, das war mir auch knapp sein. Hm. Ich habe gehört, Blutdorn-Assassinen hätten versucht, König Casimir zu ermorden. Blutdorn-Assassinen. Seid gegrüßt. Wenn ihr es unbedingt wisst, sie sind Abscheulichkeit. So, da ist er wieder. So. Ich bin hier gerade irgendwie ein Stück weiter runtergegangen. Okay. Und habe ich für die nächste. Kack am Dampfen. Immer auf den Sack. Ach du. Das sind Viecher. Vielleicht auch. Gleich, vielleicht. Sammel fünf Schlürfe-Arme. Schlürfe? Ach, das sind hier diese komischen Baumviecher, ne? Ja. Diese hässlichen. Ich bin hier. Ich bin hier ein paar Getränke. Kalte Drinks. Hm, schön aufgeschüttet. Was sind hier noch so ein Typen? Äh. Wo unten wahrscheinlich? Da hinten. Ganz hinten rennt einer rum. Ohne Rune. Die nehme ich mal mit. Eine Rune? Ja, ich habe nicht mal dann versucht, mir mal einen eigenen Ausdauerzauber zu bauen, aber... Ist auch nicht so toll. Ist auch aufwendig, ey. Du brauchst dafür eine Rune, drei Teile. Ja. Und du musst aber auch erst mal lernen, diese drei Säger zu verwenden. Musst du immer höher kommen. Das gilt nur so ein Scheiß. Und das brauchst du ewig für. Kannst du ja nicht wie beim Schmieden da tausend Sachen zerlegen und bauen. Musst du wirklich viel sammeln, Mann? Ja. Das ist doch einmal. Nur rumgeeiert und hab so Scheiß rumgesammelt. Aufgeschlitzt. Oh, ne Kischle. Spock. Kischle. Scheiß, oh. Wo? Lese nicht. Rohleder warbster Magical, was die nicht anbaut. Äh. wohl da schon gar nicht das haben wir hier ja noch ein paar typen reisende seit vor sich aber auch wer will uns um dieses liegt und den arsch stecken wir müssen einen weg ich habe gerade wir wollen wir sagen wir sind voll hier war gerade voll der nord so ein weg schreien sehr schön ich muss immer kurz dann muss ich denke mal kurz was beschwören auch schön dass man ja so viel machen kann ja ich bin doch mal nicht genug aber ich habe noch gar keinen höchstens ließen die dinger diese die europäische und die heißen die denn kann auch noch nicht die europa die europa ist Toller Bär. Ach, jetzt muss ich wieder den Turm hochholen oder was? Ich sollte erst mal gucken, bevor ich weglaufe. Seid gegrüßt, Kind. Wir haben schon darauf gewartet, dass uns jemand ruft. Ach da, ich habe gedacht, wie soll ich denn hier sprechen? Sie sind eine Seuche. Er ist ein Grabessänger, fern von hier. Alles klar. Und jetzt? Ich weiß nicht. Was braucht ihr? Sie sind eine Seuche. Wo sind die Alte, die ich reden muss? Andere Seite. Ein Reittiger. Der ist geil. Bär war schon teuer genug. Eisbär? Nee, das auch für eine Woche oder so. Ach so. Oh, schau. Kurz nach dem Reizbären gab es den Eisbären. Oh, schade. So, verteidigt. Verteidigen wir mal hier. Ach, die, die ollen Puten da, ne? Ja. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade sie dir. Du hast Zeit der Welt. Endlich weg. Ich treffe euch am Ritualschauplatz, sobald ich mich erholt habe. Ja, hole dich. Die Arme. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Nee, nee, nee. Kalthaus. Ah, ja, das ist hier. Handwerksgedöns. Kann ich nur irgendwo machen. Ich bin schon viel zu wenige Teile freigeschaltet. Steht ihr hier so? Hast du Angst? Oh, stehen und stinken. Die Roche. Ach, ja. Oh, hier ist der Keller. Ja, das ist die ganze Scheiße. Ach, das ist die Werkstätte, habe ich gesehen. Die Werkstätte. So, wir sollen nochmal Himmel schreien. Hey, da habe ich schon wieder. Gleich Level 11. Oh, irgendwie flott. So, jetzt schreien, dann müssen sie und welche nicht sein. Steht es ja schon. Ich muss euch beschützen, ja, schütze dich. Ich bin fast fertig. Haltet sie mir noch ein wenig von Leid. Ach, ich starb, ey. Nur ein wenig. Zerstörungsstab ist auch richtig geil. Ja, habe einen gefunden. Eine lila, mitten in der Küste. Habe mich richtig gefreut. Was schießt denn hier? Ach, da. Ich habe einen grünen. Lass mich ein wenig Luft. Ja, anfangs kriegt man ja eh noch keine lila. Bei meinen Champion habe ich natürlich auch die lila, ne? Oh. Da habe ich die richtig dicken Dinger. Was ist denn jetzt hier mal mit dem Bogen? Bogen. Ach, kann ich schon. Ich habe noch keinen Fähigkeitspunkt. Toll. Ah, Mistik. Ja, ein Level und dann noch die Hälfte, dann kriege ich wieder einen Punkt, ne? Oh. 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 Ich wünsch... Bleib wachsam. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nie fertig. Wer stöhnt denn hier rum? Ist das mein Lurch? Wer stöhnt denn hier rum? Ist das mein Lurch? Wer stöhnt denn da Lurch? Wer ist ja Luzard? Ja, nirgends. Luzard! Ja, wie sich die Rangkirche beschützt. Ich muss schneller vorankommen! Ja, sieh zu. mit einem weiteren angriff hat sie wieder nicht fertig schneller ich muss schneller vorankommen ich treffe euch am ritualschaut erholt habe fangt ein schürfer lief so lange herum oder auch hier sind ganz viele bringen wir stolper zur ritual stelle kommen wir nicht durch und wird nicht sich hier den ganzen weg immer umlaufen ja sieht so aus keine chance ich bin ja es ist gut heute hier hat auch dort ist es ein kleines ding jetzt ist weg ist es hier schon ein bisschen reitplatz ja die verderbnis ist hinweg gewaschen hinweg gewaschen das opfer hat diesen heiligen ort wieder mit mir mein gott grüner strahl die ketten der verderbheit gesprengt der wächterin der wächterin der wächterin der erde die wächter der luft 8 der gestank wo man jetzt meinen kino das gefällt noch nicht bin noch nicht fertig wir müssen noch kurz hin einmal klippe rum aber stück hier hoch komm ich da bestimmt dahin wo ich noch hin wollte hoffentlich maybe ach hier ist ein sauerbuch soll das denn sein kino für ein buch der geisterbeschwörung nach dem buch ach das ist in der stadt stimmt in der magiergilder glaub ich ne ja muss ich sagen reise du kommst mal hin oder was boah ist er gleich hier ein weg schnell in der stadt mach ich brutzel mal die ganzen komplizier brutzel du deine komplizier ich mach mal kurz die stadt doch denn nun brav wie viele minuten hast du eh schon gespielt was wie viele minuten mhm also stunden steht das irgendwo ja bei steam kann man also hast du es über steam gekauft ach so ne ich hab es einzeln so schade bei steam steht bei mir irgendwas über 500 Stunden oi lohnt sich geht schon ne ja gut so ein riesen spiel ja und mit meinem steppe bin ich immer nicht fertig mit dem kalt haben oha ich bin beschäftigt sehr beschäftigt oh das ist doch noch ewig ja weil da muss ich da da muss ich wieder so viele typen also so ein weg lang da kommen wir ganz viele typen auf einmal ah die mach mich fertig alleine komme ich da nicht durch ach scheiße hey mit dem drachen äh drachenritter dann so toll ist er auch nicht ja ne ich hatte den nur mal bis zum level 10 oder so gezockt aber und wieder konnte spaß gemacht ja ich hoffe ich habe ja schon über 35 jetzt hätte schweine beraten mhm lecker oh ja könnte es auch drauf ich hoffe doch ach hier ist es doch besser beschwörung sehr schön wenn ich noch mal den typ hier falls geld kein problem ist verkaufen gilt besorgt etwas weißes fleisch ich hoffe die älterheit ist hier natürlich nicht nur stäbe findet ein berührer geisterbeschwörung nach oben da liegt es doch auf der bank nicht als eine ansammlung dummer gedanken und das nur um mehr bücher die geisterbeschwörung ihr könnt euch nicht die semi ich stehe das war schon cool so kann ich jetzt ach hier gleich sucht doch vorräten ja dann habe ich das ordentlich hallo hallo ich stehe da noch in der stadt du bist so benedelt wie du rumläufst hier er taubel dir rum dass wir spiel besoffen sicher jetzt kommt der moment der wahl die zutat speisen und getränk stellt ein schweinebraten her schön eure beherrschung des handwerks ist eindrucksvoll aber ach so dass die idee die möchte ich nicht machen also eigentlich immer noch etwas lesen aber um das mal das möchte ich jetzt nicht das brauche ich jetzt nicht so holung hast du rum ich hoffe auch im turm genützt in der bueck ach das ist ja nicht fertig aber ich glaube aber der gleichwert ist muss ich hier was in die komische miene vergraben und dann habe ich das glaube ich geschafft zum große heil die brule ne bloß nicht ach das ist mir die bin ich aber sie dir richtig geil aus gebilder danach zu unserer stadt hier gerade in der hier die klippen hier so geberge also ach da hinten müsste thema und miene ja mal sieht die die bieler auf die stadt die stellen t ist ja was haben wir denn da drinnen nur schrott schrott ja leider nix mehr für mich